Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Bellevue. Der Bellevue ist ein tropischer Cocktail, der recht mild daherkommt. Er schmeckt zu sehr schönem, sehr sonnigen Wetter. Für ein Glas werden folgende Zutaten benötigt. 4cl weißer Rum 1cl Limettensirup 2cl Creme of Coconut 6cl Ananassaft 1,4 Limet 1 Stück Limet Eiswürfel Krasht Eis Folgende Utensilien werden benötigt. Shaker Strähner Long Drink Glas Trinkhalm Zubereitung Eiswürfel in einen Shaker geben. Das Limettenviertel darauf auspressen. Rum, Limettensirup, Creme of Coconut und Ananassaft dazugeben. Alles gut shaken. Krasht Eis in ein Long Drink Glas geben. Die Cocktail in das Glas abseihen. Mit einem Stück Limett garnieren. Mit einem Trinkhalm servieren. Als Beilagen eignen sich Crackers, Erdnüsse, Kartoffelchips oder Salzstangen. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Die Karte ist ein Laufentat. Heintefelig ist die Laufentat. Das ist ein Laufentat. Dämpfeiert der Zublade. Das ist ein Laufentat. Dämpfeiert der Zubereitung und Planung. Dämpfeiert der Zubereitung. Untertitelung des ZDF, 2020